Das kennen wir nämlich. Kopf zu. Ein Ding damit. Es regnet Zombies. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days Today mit mir den Karbin. Ich bin nur im zerstörten Biom. Es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, weil ich kriege hier sehr, also ich werde hier mit Sachen, die ich mag, zugeschissen. Das getätigt mir. Problem ist, das ist natürlich ein Risiko, aber die gehe ja rein. So, 800 Meter, 700 Meter, 700 Meter ist in der Nähe, nämlich Zombies. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt geilen Staff, mit denen ich auch Zombies auseinandernehmen kann. Jo. Die Schrutze und das, was ich jetzt in der Hand habe. Haben wir letztes Mal gekriegt. Aber erstmal, was noch nice ist, ich muss ja immer meine Inventale hermachen, die hat mich komplett überfügt. Das steht ja auch nicht. Da ist eine Schlange. Du Schlange, du. Du reißt mich doch an. Sie hat mich doch gebissen. Blöde Sau. Wo ich ja mal gesagt werde. So, jetzt mache ich erstmal... Ja, gut. Hätte man wissen können. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal hier... Ähm... So. Das so. So, 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 so. Das darin. Oh, ich hätte besser handeln können. Gut, hätte ich machen können. Ähm... Toni, komm her. Ich mach dich leer. Und dann mach ich unsere Karre, die hinten steht, auch leer. Jo. Äh... Nie so wichtig. Ist nie so wichtig. Kann rinnen. Ja. Traurig. Nicht. Nicht. Ja. Hab aber noch eine zweite Kiste. Und da ist noch Fleisch. Ab dich. Obwohl, den kann ich jetzt ja erstmal darin schmeißen. Der kann schon wieder nicht loslassen. Oh Mann. Oh Mann. Da ist ja noch von letztem Mal drin. Das hab ich ja ganz vergessen. Upsdi. Wo waren wir stehen geblieben? Kein Weg. Kein Weg. Brauch ihn nicht. Muss nie sind. Ist schon weg. Naja. Ich könnte zwar ein paar Sachen darin schmeißen und so, aber das wird schon passen. So. Na denn. Weiter geht's. Zur Seite mutchen. So hier durch. Wo ist ins Wasserwerk? Ist das da, oder? Oh nee, ist das nicht. Ist das nicht, ne? Aber der kommt. Oder doch. Oder vielleicht doch. Ich wollte nämlich gerade sagen, ist das nicht unser altes Zuhause? Nee, ist das nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht ein bisschen umgearbeitet. Das kann Sinn. so doof. So, apropos doof. Äh, doof werdet nicht hier nachzuladen, weil hier, äh, wird gleich der Bär steppen. Also, äh, was, äh, jeweil an ihn tut. Weil, das wird jeweilig, sag ich euch. Ich hab schon ein bisschen Angst. Und das zurecht. Weil, das ist ein Arsch-Quest. Wir sehen auch gleich, wieso. Das kennen wir nämlich. Und das zujute. Ja, 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 ja. Jetzt machen wir es der weg. Und der. Ja, zieht die Fäden in den Hintergrund. Deswegen brauche ich ein zweites Mag... Aua. Stimmt. In Gitter. Kann von Seen... Äh, jetzt... Von wem seiten beschossen werden, ne? Hopp zu. Oh. Jetzt strahle ich hoch noch. Aber ich sollte trotzdem nicht übermutig werden, ne? Was sagt? Oh, oh. Nur für die Kotze, kann gefährlich sein. Er ist aber schon tot. So, ich nie mal... Ich hab ja keine Pilgen mit bei. Uni liegt auf dem Boden. Was los? Bist du kaputt, oder was? Ja, ja. Ich hab gesehen, dass du kaputt bist. Du. Kleine kaputte, du. Wie gesagt, die ist ja nicht so schlecht. Ey, ich die kaputt keine... Ich hab die Pillen rausgenommen. Dann kann ich bloß hoffen, dass ich welche finde. Ist ja auch... Ja, gut. Wenn ich hier keine finde, dann will ich sie auch nicht. So, das war der erste Schwung. Ein Ding damit. Jetzt geht's weiter. Werden die nachgeladen. Ui, 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 ui. So. Und der. So. Hat's auf sich warten lassen. Ist das ein Tobi, oder wat? Nee, der ist ja noch gar nicht tot. Das weh, der ist weh. Ach, Alter, so... Ich bin gewundert. So oft kann man neue Arne kotzen. Das war gut, die Munition rauszunehmen, ne? Schrieg mir das immer noch ein. Schön, 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 schön. Aber da lag ja noch wat. Und da denkst du immer in dem sparsam sein und schon, zack, bumms. Ich denke, das hier ist Krankheit und so. Die sehe ich nicht. Will ich jetzt nicht sagen. Immer schon innerlich. Gut. Äh, wir wissen, da hinten ist noch so ein Raum. Untersuchungstechnischerweise. Oder da hinten oder da unten, wie auch immer. Ah, siehste, das ist auch eine Judi-Dee. Ja, gut, habe ich auch nicht mehr bei. Hier ist ein Rudi-Matsai. Jetzt in die Dacht. Und ein Bär. Ja. Dann schließe ich schon mal die... Nee, der muss schnell weg, wa? Der sollte schnell weg. Ist das schnell genug? Ich weiß es nicht. Hat einer gestoppt die Zeit? Ich sag mal... Nee, jetzt kann ich hochrufen lassen. Das war die schnellste... ...Entsorgung eines Bären, ...die ich gesehen habe. Im Prinzip auch nochmal Lebensenergie. Ey, der kann doch nicht wahr sein. Dann werde ich eine Bandage finden. Äh, dann werde ich Dings finden, wa? Na ja, ist doch gut. Hier, jetzt. Ach so, der ist noch gar nicht. Jetzt. Haben Sie mal eine Kopfschmerztablette? Ich habe Migräne. Globig. Vier zu viele Zombies. Sind die von hier aus? Kann ich die anlocken? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch. Ach so. Alter, sind die schnell. Wow. Wow, 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 wow. Wenn ich runtergefallen, können die nicht wahr? Also, ich habe auch nicht nach oben geschaut. Wow, 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 wow. Die waren ja Blitz. Ach so. Gut, die habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich habe ihnen die Tür aufgemacht. Was sagen sie dazu? Einzelnen sollte ich wahrscheinlich erst mal die andere nehmen, wa? Schrotze technischerweise. Alter, und ich wollte die Tastatur wechseln. Äh, nee, das machen wir noch durch. Das nächste Mal. Sorry, tut mir leid. Aber ich war jetzt gerade so erfreut von dem Loot von letztem Mal, dass ich gleich weitergemacht habe. So, und das ist das, was ich gemeint habe. Wie geht das denn weiter? Weiter. Weiter. Wie geht das jetzt hier weiter? Ich gehe doch jetzt hier nicht runter. Bist du denn wahnsinnig? Ich weiß doch, was da unten wartet auf mich. Ich weiß nicht, wo er war. Ja, dann will ich doch mal umsteigen auf die Kniffte Villa, wa? Ich will es ja noch zu. Der Ausgang, ne? Ich werde euch helfen. Kalmfluchtweg. Der Fluchtigkeit. Damit rechnen sie mich nicht. Verdammt, verdammt. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich bin hier im Krankenhaus. Hallo, Tabletten und so. Bitte her damit. Ich bin sehr erschrocken. Ich habe den nicht gesehen. Noch nicht mal die Bohne. Dreck ja der. So, ich weiß, dass dahinter sehr, sehr viele sind. Umgang, da können sie nur durch. Wenn da Grüne drin sind, habe ich ein Problem. Das wäre jetzt so ein Preis von ihnen. Ne, doch noch nie. Ganz, aber in dem Fall hätte ich schon mal eine Stoppwirkung. Denn sie sind gestoppt. Dann nenne ich eine Stoppwirkung. Krass eine Änderung. Jut, da oben sind ja auch noch welche. Und das ist ja noch nicht der Raum, wo die ganzen Virale sind. Ja, ja, ja. Ich kann mich noch dran erinnern. Ohne Pumpe hätte ich auch nehmen können. Ah ja. Zu schnell. Ich gehe mal kurz vor der Osttür. Ich habe so eine Überfüllung. Sie ist schon an Stül. Hallo? Sie dürfen ja nie hier sein. Das ist so weit weg, wa? Schade. Auditionsmäßig. Ich sehe ja, wenn ich jetzt herannehme, dann sehe ich ja, wenn das beendet wird, wa? Das ist ja nicht gleich so. Weil das ist ja erstmal so Warnung-mäßig. So ein roter Bereich, ne? Warnung-mäßig. Warnung-mäßig. So ein roter Bereich, ne? So ein roter Bereich, ne? Ist ja wirklich kaputt. Ich würde das jetzt hochsparen können, weil ich lasse die nämlich hier. Jetzt vielleicht sollte ich sie mitnehmen, weil loottechnischerweise. Jetzt wird mir jetzt auch nochmal hinter. Jo. Das muss ich auch gleich nochmal aktivieren. Das ist ja gleich weg. In paar Sekunden. Und zwar jetzt. Das muss ich jetzt aufmachen, weil kacke, es gleich will an dampfen. Aber es ist bloß eine Blume. Ich war jetzt ja schon drauf und dran und sagen, hm, das ist ein falscher Bereich. Genau. In your face. Ja, da noch ein. Ach so. Aber du spielst doch ja nie mit. Woher ist doch ja nicht zu der Truppe? Das sehe ich anders. Nimm mal noch kein Tablet. Die sind doch. Ja, gut. So, äh. Sieh das hier weiter. Müssen wir hoch. Runterspringen. Seid nicht weg. Wegrennen. Zack, bums. Das ist ein kurzer. Das ist ein viral. Wem nimm ich zuerst? Das nimm ich zuerst. Das ist nötig. Der ist aber zu weit weg. Oh, jetzt. Alter, Richtung. Es regnen den Zombies. Aber das kenn ich. Die sind doch immer so nachtragend. Aber wie gesagt, das kennen wir. Mal gucken, ob die jetzt da drauf reinfallen. Oh, bis jetzt ja. Ja. Aber nicht alle. Der drängt sich vor. Gut, dann geht er auf der anderen Seite. Wenn er drängen will, lassen drängen. Zum Glück hat der Krabin ein oder zwei Kugeln. Die können den stärksten Zombie auskriemen. Alter, blöde Schlange. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Munition da drinne finde. Bist du tot? Nee, bist du nicht. Jetzt bist du tot. Bleib mal weggezaubert, die Alte. Die Alte Schlange, die. Gut, jetzt müssen wir zwar den ganzen Weg normal laufen, aber der Krabin, der erlebt und es alles noch schnigge. noch. Es war immer noch nicht alles. Tür wurde ja schon eröffnet. Oh, ich glaube, ich bin schon noch ein bisschen so hoch. Also jetzt nicht wegen dem da unten, sondern wegen meinen Munitionsdifizid. Dann müsste ich erstmal hier so eine Klinigkeit umarbeiten. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen umarbeiten, so in dieser Richtung. Jo. Mehr Schaden und so, den ich anrichten kann. So, hier ist Alte Blaschnicke, ne? Also hier ist tot. Alte. Ist da hin. Das gibt ja auch Leben. Halt. Ich will die Eisenklappe nicht. Mach die weg. Genau. Eisenklappe. So, jetzt muss ich nach unten. Aber bloß teilweise, weil die gleich nach oben stürmen werden. Soll ich erstmal hier so erstmal, ne? Das sind ja bloß die zwei. Sollten nicht zwei sein? Immer noch Kinderbleiben. Ich glaube, ich bin hier im falschen Krankenhaus. Ich glaube, das ist ja kein Krankenhaus. Das ist alles nur für Fake. Ist ja auch schon hier. Da hinten ist die Stelle, wo ich drüber springen muss. Achso. Ja, ja. Dann gehen wir da runter mit euch. Hier ist da draußen. Ist sie draußen Vatikaner? Ich glaube, ja. Jetzt gleich sehen. Ist sie? Aber die Tür schwingt in beiden Richtung. Aber wir haben ja alles unter Kontrolle. Wenn man die Kontrolle nennen kann. Ist immer so eine Sache der Auslegung, ne? Womit man da fehlt. Bist du tot? Okay. Sei doch mal ruhig. Ich muss mich konzentrieren, Mensch. Ena fehlt. Auch nicht. Er wusste noch nicht, dass er tot ist. Jetzt ist er schon. Es wurde einfach nicht angezeigt. Anzeige ist raus. Jetzt ist er schon gewundert. Warten Sie mal. Das ist da rum. Ja, von da bin ich gehüpft. Hier war nix, wa? Kontrolliere die was nochmal? Ne. Jetzt geht's weiter runter. Weiter runter. Das sieht mir immer weiter runter. Ach, und da ist es ja. Hab ich? Ich hab so ja. Und so ist man ja erlernfähig. Warum kann ich nie kopieren? Auch nicht so schlimm. Wie wenn du sagen tust du willst keine, dann baue ich mir selbst ihn. Und ich hab nichts zum Aufwerden. Gut, das muss reichen. Solange ich mir die nicht unterm Arsch weg back ist das doch okay. Die können hoch, die können hoch. Sind erst hinter der Tür, wa? Ah, jetzt ja. Was tickt doch. Gerne explosionsmäßig. Würde ich jetzt sagen, oder? Nö. Bleiben sie mal bitte unten. Ach ja, das war ja, stimmt ja. Jetzt sehe ich jeden Raum einzeln, war. Ihr sagt, Vorbereitung und so, war. Kann doch nie wahr sein. Oh, doch, ich hab ja Tabletten. Ist mir ja nie aufgefallen. So. das ist eine gute Idee. Rinderweise muss der Kabin sein flink wie sein Turnschuh. Der andere Turnschuh. Obwohl, vielleicht ist er ja nicht mehr so verkehrt. Obwohl, na, na, Äh. machen sind nicht normal. Sie haben Schlapperarm. Ich mag das nicht. Der schlappert rum. So, wir wissen ja, hinten geht's denn ringsherum, ne? Eins, nach und an. Hier. ist richtig. Oh. Es stimmt. Ne kaputte Tür hält nie so lange. Wir haben die Watt mit ihr Rände. Die sind nie so ganz. Bist du? Aber ich glaube, die Frage hat mir schon öfters mal gestellt. Wir sind total an eskalieren. Nicht so schnell. Habe ich noch Matschepampe? Nr. Nicht wirklich. Bist du, warte? wieder Krümel zählt. Oh, dann nehme ich hoch. Oh! alle stirbt. Peter. Vorbeitung gesandelt. Viecher. Lörde die. Ups. Das ist ein bisschen zu aggressiv, ha? Ja, finde ich hoch. Das ist noch nie der Loot. Wir sind aber auch hier noch nie durch. Und nicht mal annähernd. Droni. Ich will jetzt noch mal raus. Droni kann ja nicht explodieren. Die fällt ja nur um wie ein lascher Sack. Ja, Droni. Sei mein lascher Sack. Wie kann ich ich assiste? Ich lasse sie gleich hier. Quasi außen in ihr fahrenden Bereich. Ah, erstmal war er leer. Guck mal denn, wenn's so weit ist. Gut. Dass sie so schnell voll ist, wer hätte das denken können? So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Da sind so viele Sachen, die ich nicht brauche. Droni. Bleib hier. Ich finde dich schon. Ich hoffe, dass ich daran denke, dich zu finden. Das finde ich ganz gut, wenn ich das finden würde. Wenn ich das jetzt aufmache, dann muss ich da durch. Ach, ja, gut. Dahinter ist ja der richtige Raum. Ich muss da sehen, hier hinter. Ui, 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 ui. Schauen wir mal. Das ist nicht so gut. Wer zu erkennen, äh, die sehr klinische Treppe ist auf, also Weg. Das wird immer noch nicht besser. So. Das ist immer noch nicht. Dahinter ist es. Aber hier sind immer noch sehr, sehr viele Zombies. Da muss er nur triggern. Triggern! Ich loot euer Loot. Oder das ist dahinter. Ach so, so war das. Ich bin ja dann mal hier so rumgerannt. Ja, das. Ah, jetzt, ja. Aber zum Glück ist der nicht hier drin. ist der enge ein Bären ich weiß ja nicht. Da ist schon eine Farbe drin. Jetzt schon. Und warum kann ich das Ganze genau erklären? Es passiert einfach mal. Nimm ich, die Steine nimm ich natürlich nicht und nimm ich auch nicht. Das brauche ich nicht, habe ich zu Hause. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, weiter jetzt. Weiter. Die Künsche. Ich habe das einfach, wenn ich die Tür aufmache, da hinten. Komm, ich gehe in den Raum rennen. Jetzt blicken wir schon wieder an die ganze hier. ganz doofe Timing. Ich werde nicht auf die Tür geachtet. Na gut. Gut. Gut, ne? Das ist der Raum, den ich noch nicht öffnen wollte. Kann ich den wieder schließen? Ja, kann ich. Das ist ganz gut. Ich wollte mich erstmal hier drücken. Da was drin ist. So, gut. mal sagen, ich locke erstmal alle raus und dann killen und überleben. Immer erst auseinanderziehen. Da lang. Weil das sind sehr, sehr viele. und da viele. Das sind auch viele Bellos mit bei. Aber die reichen schon, wie man sieht. Tür schließen. Keine Panik auf der Titanic. Die kommt noch früh genug. Durchatmen. Kabin durchatmen. Das war schon immer das schwierigste. Jetzt nimm noch immer das und dann trinkt noch ab. Genau. Ist immer noch nicht alles. alt. Aber ich muss jetzt erstmal wieder nachtanken. Ich glaube, dasselbe kommt aber nochmal, wa? Ich glaube, dasselbe nochmal ankrupp. Da ist wieder Paket und da hier das auch nochmal. da ist die Küche. So. Nächste Traube. Oh, ja, ja, ja. Oh, nicht in Panik geraten, Kabin. War es das richtige Werkzeug? Alles gut. immer noch nicht alles, wie man sieht. Hier sieht ja, was da noch da ist. Äh, gut. Und da ist auch noch einer. Na toll. selbe Spiel. Nur diesmal eh mal den. Vor allem da weise brauche ich jetzt nämlich nicht. blablabla. Die nächsten weg. Und mich ein wenig über vorsichtig. Aber dann ist es so. Dann muss ich oh noch lang. ist hochweg hat man die schönen spiel dieser ruckler ich hab doch schon flattermann die hat mich trotzdem so warte mal wo war das war hier genau ich wollte jetzt kann sagen dass die tier durch aber geht ja auch nicht ist tot ist tot tot also jetzt nicht ihr müsst ach so ihr seid ihr ihr müsst ach so ja gut hab ich nie gewusst oh da what's up da unten das ist aber nicht oder warte mal erst mal die nut und meine ohren alter danach muss ich wirklich eine pause machen hey wir sind noch unter einer stunde wir sind so ja noch unter zwei stunden krass nice also ich kann wirklich sagen dass jetzt nicht mehr gut in der zeit für so eine quest und die google da runter und wo ist matchup da ist matchup was haben wir denn hier ein volles inventar haben wir da das war doch eine fallenquist war doch klar stand doch da man so nachher erst öffnen brauchen man 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 du kleiner gier teufel so jetzt musik die kann ja jetzt da auch denn ja von da bin ich ja gekommen ja warten sie mal so da haben wir eine tür die wird geöffnet und da hinten haben wir auch noch eine tür die wird geöffnet die öffnete türen und so wer sind wir ja hä du schreist hoch power power rangers achso das ist ja der durchgang aha und das dort durfte der durchgang sein da oben oben ist einer ich habe oben ihn übersehen wie kann das passieren hä hä achso die treppe war zurück und wird wahrscheinlich den bären in den arm rennen hört sich wirklich danach an es hört sich sehr sehr bierig an oh ne kein hund ich will jetzt kein hund da drinnen irgendwann wollte er ja fressen entweder hat der bär verloren das ist mal ein scheiß drin in Ordnung wir werden schon den weg durch finden das ist ein wolf das ist ein dreckiger wolf das ist ein dreckiger wolf hier ist ein wolf ich will keinen wolf ich will doch jetzt nicht an wolf die haben wolfigkeit lass mich bitte in ruhe wo war ich ein bohr mit bei nö doch oh aber da dürfte ja da dürfte jetzt ja kein sap mehr drin sein mal ich einfach jetzt hier durch also kann ich ja nicht sammeln da war ja was da kann ich nicht mehr mal hier durch mach ich nicht mach ich auch nicht ich dachte das ist jetzt kürzer die kürzer die kürzer ich hab sie gefunden aber wenn ich mich hier durchbohre müsste ich sie eher haben so das einzige was wie gesagt hab's hab's geschafft so werde mich jetzt hier drin verkrümeln mehr oder weniger da seh ich schon ich seh schon welche und ich würd mal sagen ich versuch die Nacht zu überleben was also bis gleich wie es hätte passiert hat ich geh mal kurz hier rüber was ist denn hier los wieso ist denn da noch da sind ja noch welche die zählen wohl nicht dazu also bis gleich ich kann mich ja schon mal langsam so Stück für Stück nach vorne tasten darf aber nicht vergessen nach meiner Meinung von vorhin stiefet hier auch noch ein wolf rum aber ich weiß es nicht weil vorhin wurde auch ein bisschen an Fleisch rumgeknabbert und an mein Fleisch war das nicht ich ich trinke erstmal was essen kann ich ja nüch ich hab ja nix da so eine Drohne mitnehmen und dann ist es gut und dann hier raus ach ich schieße die in die Gesicht und dann ist es gut was wollen die denn jetzt haben sie es da ist ne Schreie dazwischen also dazwischen dazwischen ist ne Schreie rin mit nem Pinsel wie konnte ich den Pinsel übersehen ja bist du denn irre das ist der Pinsel seh da Dampf aber ich seh da nix warte mich an ach wisste wat an mit der Funzel man die mach ich kaputt wenn sie wat wollen hier schrutze und so das Fünferquest ich hab die weggemacht wollen sie denn noch über exceed genau auf auß gut los ok so ein bisschen nicht so gut Hey, warten sie mal. Komm ich mit. Das ist mir egal. Droni, los. Was? Jetzt hier oben durch? Oder was? Ach da? Stimmt. Erdringende Zombies. Endete. Hallo Sieben. Wo kommen Sie denn her? Ich hab meinen Block kaputt gemacht. Es ist der Block gewesen. Und da muss ich wohl nochmal hier durchgreifen. Die haben... Ja, nicht die. Die sagt, ich hab... Ich hab meinen Block kaputt gemacht. Das ist mir gestern. Punkt. Nimmig auseinander. Es ist mir. Nein. Bin gar nicht da. Ja, ja. Parcours. Parcours am Popis. An! Blöde Parcours! Passt du dich. Essen. Also normal. Alle Jutendiege sind ja zwölf. Kennt man ja. Äh, warten sie mal. Ne, warten sie mal nicht. Ich hab ja kein Holz. Ne. Was ist das? Geht doch alles. Äh, ich hatte gesagt, hier ist ein Bär, ne? Der geht ja hier rin und raus. Genau. Also. Komm, du blöder Bär. Jetzt ist er riecht. Welche Richtung ist der riecht? Der ist in diese Richtung riecht? Ja, ja, du. Ich weiß, ich weiß. Ich hab das ja, ich hab das ja. Hab ich ja. Ich weiß, das ist mein Problem. Ich weiß, das ist mein Problem. Nein. Hör auf. Ihr Autos leer zu machen. Du willst doch Bären töten. Hoi. Schön, wenn der Bär jetzt angezeigt wird. Aber ich will immer noch wissen, was das für eine Tür ist. Ist das eine wichtige Tür? Und warum ist die mir immer noch verschlossen? Hä? Du Bär, du. Da kickst du doof, wa? Ich hab Durchhaltungsvermögen. Aber kein leeres Inventar. Aber nöt. Man kann ja nicht alles haben. Nix passiert. Nix passiert. Alle, Dude. Ich muss bloß zwei Meter weiterfahren. Also generell, ich muss erst mal fahren. Komm, sieh. Wir gehen jetzt mal aus dem Weg. Ich hab doch gesagt, es schreite. Es schreite, dass ich verschwinden soll. Ja, ja. Und ich kann das machen. Ich lass den Bär liegen. Hauptsache, ich hab ihn verkleinert. Und zwar ins Minimalste. Oh, Starla. Oh, warte mal. Ich pack mal hier. Weil hier ist ja mein ganzer Stuff. Er will. Er will. Ist mir doch egal. Soll er da wollen, was er will. Diese man nutzt ihr Sicht. Diese voll in sie Sicht. Geschenk. Eure Geschenke. Und dann nach Hause Türmchen aufbauen. Das ist das, was ich jetzt fühle. Essen. Schön. Braurig. Penna top. Aber ich brauche Benzin. Bis nach Hause halte ich das schon aus. Alles mal besser. Aber gut. Ja, gut. Aber ich weiß, wartet es. Das waren hier die ganzen kleinen Dings hier. Da. Und das hat er mir denn alles nicht halt. Hat er mit. Ja, gut, Leute. Also. Halt mal fest. Geiler Quest. Ja. Loot okay. Ich muss jetzt erstmal da raus poolen. Auf jeden Fall meine Ballertürme. Und dann geht es nach Hause. Dann wird umgebaut. Das wird schön. Warte mal. Ich gucke mal. Ich finde es ja aus. Das ist hell genug. Das ist halt. Also. Wenn es euch gefeiert hat. Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Und. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.